Ich freue mich so auf unseren Strandtag. Ihr werdet sie... Wir lassen sie nicht entkommen! Und schick! Ich kann es nicht mehr lange halten. Da drüben! Guck mal, die Otter haben ein Stück Pukit in ihrer Sandburg. Gut gesehen, Polly. Aber wie bekommen wir es zurück? Hm, wir könnten uns einfach reinschleichen und es uns schnappen. Oder ich gehe zu den Ottern und hole es. Und ich halte die Krebenarmee auf. Hm. Wow, ganz schön glitschig hier. Übersetze Krabbe! Das ist ein Krieg der Ewigkeit. Ein Krieg, der weder Anfang noch Ende hat. Wir bauen unsere prächtigen Sandburgen und dann werden sie von diesen Ottern zerstört. Ha! Das ist abscheulich. Und Otter! Ab in die Reihe, Soldatin! Ein weiterer Tag, eine weitere verschwundene Sandburg. Jede Nacht, wenn der Mond am Himmel steht, verschwinden unsere Sandburgen. Das müssen diese Krabben sein. Alles mit Scheren als Händen ist verdächtig. Du hast so recht! Aber wir geben nicht auf, Soldatin! Ja! Wir geben nicht auf! Hm. Himmel. Himmel, Scheren, 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 Scheren! Otter, Anima! Das ist gar nicht gut. Charlie? Dieser Krieg reißt uns auseinander. Wir müssen nicht kämpfen. Die Otter sind schuld. Wahrscheinlich überschwemmen sie auch unser Gebiet, denn es ist immer nass. Immer nass? Unter dem hellen Licht des Mondes kämpfen wir. Die Sandburgen, der Mond, alles ist nass. Eure Sandburgen werden nicht von den anderen zerstört. Die Flut des Vollmondes spült sie weg. Aha! Meine Güte, das muss es sein. Tun wir uns zusammen und kämpfen gemeinsam gegen das Meer. Immer noch Lust auf den Strandtag? Ich hab hier was richtig Lustiges gehört. Na los! Ha! Hab ich doch gesagt! Verzeihung aus dem Weg, bitte. Aus dem Weg, die Königin kommt. Ist das ein Poket! Achtung, Achtung! Eine kleine Erinnerung. Der Gewinner der heutigen Feierlichkeiten bekommt das Privileg, an der Reinigungszeremonie mit der königlichen Halskette teilzunehmen. Lasset die Spiele beginnen! Wir müssen dieses Poket unbedingt gewinnen! Ich kann das nicht! Das ist nicht choreografiert! Shani, du schaffst das! Jetzt liegt es an dir, Shani! Los, du schaffst das, Shani! Los, Shani! Los, Shani! Jetzt wird es Zeit für das letzte Spiel! Eure Aufgabe ist es, jeweils fünf Panda-Beeren zu essen. Tja, einfach! Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen! Auf die Plätze, fertig und... Los! Das ist viel zu... sauer! Wir müssen da jetzt aber durch! Ich kann nicht! Mach einfach! Ohne mich weiter! Ich kann nicht mehr! Meine Zuge ist wie zu trocken! Hau! Huh? Ah! Oh! 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 Tolle Party, das hat Spaß gemacht. Bei der Heiligen Reinigungszeremonie geht es darum, die verjüngenden Eigenschaften des Wassers zu nutzen. Indem wir die königliche Halskette in den Wasserfall werfen. Ihr werft die was in den Haar? Warte, können wir die königliche Halskette als Preis haben oder vielleicht können wir... Geh bitte weg. Ich esse zehn Pandabären. Sogar 20. Die Zeremonie ist beendet.